Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop Tutorial und heute geht es um das Thema zerschnittener Kopf. Das sieht man in letzter Zeit relativ häufig, ist auch wirklich sehr schnell gemacht. Im Prinzip sind es ja mehrere Teile von Kopf, die ein bisschen versetzt angeordnet sind und durch hier diese diese Farbfläche mit dem Schatten wirkt das Ganze natürlich sehr dreidimensional und wenn man es hier wie ich zum Beispiel mit so einer grellen Farbe einfärbt dann auch eher künstlerisch und nicht irgendwie eklig oder so. Und wie man das in wenigen Schritten macht, werde ich euch nun zeigen. So, das Foto hier natürlich erstmal in Photoshop öffnen und hier bei der Hintergrundebene diese erstmal auf das Neuebenen-Symbol schieben, damit wir das Ganze duplizieren. So, die Hintergrundebene können wir als Backup erstmal ausblenden. Im ersten Schritt müssen wir hier von unserer Person einen Freisteller machen, sprich der Hintergrund muss von der Person gelöst werden und das Ganze mache ich hier am besten mit einem Schnellauswahlwerkzeug in meinem Fall. Ich fahre hier einfach drüber, damit ich so eine Auswahl hier bekomme und kann ihn noch ein bisschen verbessern hier. Wenn ihr jetzt natürlich irgendein Model habt mit ganz luftigen Haaren, dann wird hier dieser Freisteller natürlich ein bisschen komplizierter, wobei da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, aber hier in meinem Fall ist das wirklich ganz einfach. So, wie gesagt Auswahl erstellen, dann hier oben auf Auswählen und Maskieren gehen, dann können wir hier noch ein bisschen unsere Kante zum Beispiel verbessern, aber ich denke mein Fall ist das hier eigentlich schon ganz gut, mein Freisteller und dann kann ich hier unten Ausgabe in, mache ich eine neue Ebene und schon habe ich hier, man sieht es, meine Person perfekt freigestellt. Jetzt kann ich folgendes machen, ich kann hier noch meinen Hintergrund einblenden und tue hier einfach vom Hintergrund meine Person wegnehmen, denn man sieht hier meine Originalperson ist nicht mehr im Hintergrund drin, sprich die muss hier raus. Ich will bloß meinen blanken Hintergrund haben. Dazu nehme ich mir einfach mein Auswahlrechteckwerkzeug, mache hier von meiner Person so eine ganz grobe Auswahl, mache ein Rechtsklick drauf und dann Fläche füllen, Inhalts basiert, okay und das bedeutet Photoshop rechnet hier einfach die Umgebungspixel zusammen und füllt das Ganze hier dann aus. Hier zwar nicht so perfekt, würde ich mal sagen, die Person ist aber auf jeden Fall weg. Und wenn ich nun hier meine freigestellte Person wieder einblende, sieht das doch ganz in Ordnung aus. Man kann jetzt natürlich noch nachbessern, aber jetzt so fürs Zeigen würde ich sagen, ist das doch in Ordnung. Also einmal mein Hintergrund und einmal meine Person, das ist schon mal soweit die Ausgangsbasis. So, meine Kopfebene hier ist angewählt und nun kann ich die einzelnen Elemente hier aus meinem Kopf rausschneiden. Dazu nehme ich mir das Zeichenstiftwerkzeug und jetzt gehe ich in Gedanken ein bisschen durch, wo könnte ich meinen Schnitt setzen. Und ich würde ihn hier zwischen Nase und Mund setzen. Darum fange ich einfach hier an, klicke hier auf die Seite, halte die Maus gedrückt und ziehe hier so eine schöne Kurve rein. Ungefähr so. Und nun klicke ich hier oben einfach wieder zurück, um meine Auswahl zu vervollständigen. Beziehungsweise meinen Pfad zu vervollständigen, denn nun mache ich einen Rechtsklick auf meinen Pfad und sage nun Auswahl erstellen. Okay. Und nun kann ich einfach STRG-C, STRG-V drücken. Ich habe hier eine neue Ebene, wo ich sehe, okay, hier ist mein oberer Teil drauf. Ich kann zum Beispiel hier meinen Kopf wieder genau auf mein ursprüngliches Bild aufsetzen, so dass man quasi keinen Fassad sieht. Mit STRG hier in die Ebenenminiatur rein klicken, habe dann meine Auswahl. Gehe dann auf Auswahl, Auswahl umkehren, wähle mir hier meinen unteren Teil an und gehe auf Ebenenmaske erstellen. Jetzt habe ich einmal oben bzw. ich habe einmal unten und ich habe einmal oben. Das ist jetzt das Ergebnis, was wir brauchen. Da gibt es jetzt noch andere Wege dahin zu kommen, aber so wäre eben ein Weg hier mit dieser Auswahl und mit dieser Ebenenmaske. Das gleiche machen wir jetzt für den oberen Teil. Sprich, ich nehme erstmal mein Zeichenstift-Werkzeug. Ich mache hier so eine Kurve rein, schließe meinen Pfad. Rechtsklick auf den Pfad, Auswahl erstellen. Okay. STRG-C, STRG-V. Ich habe eine neue Ebene mit dem oberen Teil. Kann das Ganze hier anordnen. Mit STRG in die Ebenenminiatur rein klicken. Meine Ebene 1 anwählen. Auswahl, Auswahl umkehren und Ebenenmaske erstellen. Oben, Mitte und unten. Ihr seht hier noch so eine leichte Kante. Das kann ich natürlich hier noch bei der Ebenenmaske verbessern. Ich nehme mir einfach einen Pinsel mit schwarzer Farbe in den Vordergrund und kann das Ganze hier noch ein bisschen rausretuschieren. So, das Ganze hier auch noch für dieses Element. Aber das ist im Prinzip mein Ergebnis, also eigentlich mein kompletter Kopf, aber hier in einzelnen Ebenen unterteilt. Und da wären wir jetzt schon soweit für den nächsten Schritt. Ich wähle mir meine oberste Ebene an. Ich nehme mir hier mein Verschiebenwerkzeug. Und nun kann ich einfach mit dem Pfeiltasten auf der Tastatur, beziehungsweise auch mit gedrückter Shift-Taste hier mein Kopf beliebig verschieben und anordnen. Also zum Beispiel dieses Element soll ein bisschen nach oben und nach rechts. Dieses Element hier ein bisschen nach weiter hinten. Beziehungsweise auch erst ein bisschen nach oben. So zum Beispiel und dann das Ganze auch noch ein bisschen weiter nach oben. Sagen wir es so. Und nun brauchen wir nur noch diese Flächen da hinten. Und das geht relativ einfach. Ich erstelle mir einfach eine neue Ebene. Nehme hier mein Zeichenstift-Werkzeug. Klicke hier einmal an die Ecke ran. Und das nächste Mal klicke ich an die andere Ecke ran. Und hier halte ich wieder die Maustaste gedrückt. Und ziehe hier so eine schöne Bahn. So. Und nun halte ich die Alt-Taste gedrückt. Drücke hier einmal auf dieses Kästchen. Und nun kann ich hier oben weiter klicken und mein Pfad schließen. Wieder Rechtsklick auf den Pfad. Auswahl erstellen. Okay. Nun nehme ich mir hier ganz einfach mein Füllwerkzeug. Irgendeine Farbe in den Vordergrund. Ich nehme jetzt auch mal wieder so ein richtig schönes grelles Grün. Einmal reinklicken. Und ich habe das Ganze hier gefüllt. Man sieht schon die Ebenenreihenfolge stimmt jetzt nicht. Sprich diese Ebene muss unter dieser Ebene. Und man sieht auch hier stimmt was nicht. Sprich mein oberster Teil muss jetzt im Prinzip nach ganz unten. So. Das gleiche mache ich jetzt im Prinzip für hier unten. Also ich gehe hier rein. Neue Ebene. Mein Zeichenstift-Werkzeug. Einmal an die eine Kante. Einmal an die andere Kante. Hier so ziehen. Mit Alt-Taste auf das Kästchen drücken. Pfad schließen. Rechtsklick. Auswahl erstellen. Okay. Und mit meiner Farbe das Ganze füllen. Auswahl aufheben. Und wie gesagt nun nochmal die Reihenfolge ändern. Das Ganze hier so nach unten. Und nun wäre ich schon grundlegend fertig. Jetzt will ich noch ein bisschen das Ganze realistischer machen. Und hier so einen Schatten reinbringen. Das geht im Prinzip ganz einfach. Neue Ebene erstellen. Dann mit Steuerungstaste hier in meine grüne Ebene rein drücken. Und nun kann ich hier eigentlich ganz einfach meinen Pinsel nehmen. Stelle hier auf jeden Fall einen weichen Pinsel ein. Bei mir sind es 200 Pixel Größe. Ähm. Muss man ein bisschen bei seinem Bild austesten. Und nun male ich hier einfach mit schwarzer Farbe so ein bisschen rein. Dass ich hier quasi so einen Schatten habe. So. Muss nicht so genau sein. Steuerung D um die Auswahl wieder aufzuheben. Ist jetzt noch ein bisschen krass. Aber ich kann hier einfach die Deckkraft von dieser Ebene runterstellen. Zum Beispiel auf 50 wäre ein bisschen zu wenig. Ja. So 60 Prozent im Einfall. Und das gleiche mache ich jetzt auch nochmal mit meinem oberen Teil. Hier einmal mit Steuerung rein drücken in die Ebene. Ich habe meine Auswahl. Mein Pinsel mit schwarz im Vordergrund. Und nun kann ich auf meiner neuen Ebene schön malen. So in etwa Steuerung D um die Auswahl aufzuheben. Und die Deckkraft ein bisschen runterstellen. Hier oben mache ich mal 50 Prozent. Und nun wären wir eigentlich schon soweit fertig. Ich sehe hier hinten zum Beispiel noch einen kleinen Fehler. Das ist aber kein Problem. Kann ich meine Ebenen Maske anwählen. Und das Ganze hier noch beseitigen. So. Ja. Und das war es jetzt eigentlich schon. Also wie man sieht relativ einfach. Es ist mit den ganzen Ebenen mit der Reihenfolge. Und diesen Ausschneiden. Bisschen. Ja. Eine Arbeit sage ich jetzt mal. Aber so von der Durchführung her. Von der Schwierigkeit her wirklich ganz einfach. Und man hat am Ende ein sehr interessantes Ergebnis. Man kann jetzt hier natürlich noch die ganzen Elemente nehmen. noch weiter verschieben. Man könnte hier die Farbe zum Beispiel ändern. Ich kann einfach meine Ebene anwählen. Wieder meinen Eimer nehmen. Und zum Beispiel das Ganze nun rot färben. Überhaupt kein Problem. Hier mit den ganzen Ebenen. Ja. Ich hoffe ich konnte euch mit diesem Tutorial etwas beibringen. Bis dann. Tschö. Und bis dann dialogue. Es gibt Vielen Dank.